Meine Damen, meine Herren, hallo YouTube, der Onkel ist wieder da. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Playlist Senuas Sacrifice Hellblade. Der erste Teil der Hellblade oder Senuas Saga. Nach dem hier folgt ja dann Senuas Saga, Hellblade 2. Das ist der erste Teil. Ich wünsche euch viel Spaß bei Folge 1. Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. Ich werde hier sein, schön und nahe, damit ich nicht zu sprechen kann, ohne die anderen zu alerten. Ich erzähle euch über Senua. Sie Geschichte hat bereits zu Ende, aber jetzt beginnt es anew. Was ist passiert? Es geht. Es geht. Es geht. Wir wollen guesten. Wir können sie ihn doen. Sie können sie gut hinwegliere. Sie énormément I can feel you coming, they're coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've... changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them, over there? Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look, up ahead. In hell high. You see it too? You promised you can get him. Yes, it is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Turn back, go back, go back. It's not safe. Go back, go back, go back, go back. It's not safe. It's the... They're here. Can you see them? You can see them. Look around and you'll see them. The drowned. The sick. The sane. They're here. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. You see them. This is not a place of rest. You can't do this. Go back, go back. They're going to do that to you. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. They're watching. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness... It just builds onto itself. Growing stronger. Towering over her. You might try and ignore it. Turn away. But it's always there, just out of sight. Where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light... Is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. There is no fear. Then it was fear. Runs far... Far deeper. She can't believe it. Far more than... What is she looking at? What is she leaving behind? What is she leaving behind? What are you doing? I know what she's thinking. I know what she's thinking. I hear her thoughts. What are you doing? It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you two have a part to play in this story. You have to take a closer look to see. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to hell's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea, and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After no matter of time, you shall continue. The darkness is coming. You end for life. Longer. 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 From fear to get there. Vaccine. Longer. But shes not stopping. Not this time. according… Can you see him? The land of mist and rock. He seen him. The old fool was right. He seen him. The River of Knives across which lies the Halls of Hell. The place they call Hellheim. Where are you? I hear you. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Hellheim. And the goddess Hela holds his soul there. Coming. Her dear beloved, Dillian. What is she doing? Why is she doing this? Why doesn't she turn back? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. He's dead. The bridge to Hellheim. I forget its name. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That path wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of Earth harvest wound and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfaheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Okay. Don't stop. Get around. Just drop down. Why is she going now? What's down there? Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. I'm sorry. The hidden path. It's not going to hurt you until it's gone. It's not going to hurt you until it's gone. Don't kill me. I'm not one of them. Ich bin nur ein Blut. Ich bin nur ein Blut. Ich finde, ich lebe länger, die Welt. Ich werde nicht die Basterde catchen. Ich werde niemals wiederholen. Never! Wer bist du? Du bist nur ein Memorand. Druth? Ist es du? Ich bin nur ein Memorand. Ich bin nur ein Memorand. Ich bin nur ein Blut. Er ist ein Blut. Er ist ein Blut. Er ist ein Blut. Er ist ein Blut. Druth ist meine Wahrheit. Es ist gut zu sehen, dich wieder zu sehen. Du hast dein Geist gehalten. Ich werde dich in dieses Leben und das nächste. Ich werde dir meine Geschichte von Hell. Wenn ich mit dir gehe. Ich werde dich mit dir gehen. Sag mir deine Geschichte wieder einmal, mein Freund. Ich höre. Die Runen schlagen die Geist zu Hell. Fokus auf dein innerer Augen. Ja. Ja. Und du, auch, wirst du sehen, was ist in der Blut. Use deine Augen. Use deine Augen. Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Hold sie in deinem Augen. Ja. Find einen wie es, um den Blut zu öffnen. ettiettes Mal bisschen mehr. Kaufil der ast Autorbel nicht. Hier ist es steht. Nach und der조� alles aufsicht. Der geht ist aktuell. Krisegerаешь. Der geht gehts. Wir sollen Sie überlassen. Entfernen Sie übermachen. Sie über!? Es ist gefährlich. bending Monter der Series effekt hat sein. Pode trabajar Ihr leicht. Ich habe sechs Jahre in der Hölle geschlagen, aber ich habe die Northmen gesehen, habe ich gelernt. Ich weiß, dass du das. Du hörst, wenn alle anderen lachen. Meine Leute beheben einen grossen Preis. Ich mache meine Geschichte mit dir, und zusammen werden wir die Northmen fühlen unsere Führung. Eine andere Vierze mit uns. Sie hat sie versucht, sie wegzunehmen. Sie versuchen, sie nicht realen. Aber was ist das, wenn wir immer hier sind? Ich denke, es ist das gleiche mit Heights. Sie können auf der Seite stehen, pretend es wird okay sein. Aber Sie wissen, dass die Todes ist nahe. Sie warten für Sie, um das kleine Schlag. Sie können nur die Dinge wegzunehmen. Ich bin keine Schlag. Sie sind durch die Gientessin, Helha, die Frau von Loki. Die Gottes haben Angst, ihre Abenteuerung zu einer Möller und damit vieles Normales, aber nur das bei uns was, was sie. Die Gäste hat sie in Helheim abgewaltigt, die sich über die Sterbe zu sterben worden, die Gut, Angst und Schützen zu leben. Die Geiln der 9 Rund dargestellt hat nur Helha in Helha. To Hela, your Dillian was sacrificed. And with her, you must bargain. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that walks over Helheim? Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. Doctor. You... 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 You took him from me. I beg you, let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. I'll give you back. I'll give you back. You're going to die. Get down! Get down! This is coming. Yes Krishna. It's coming to you inside the door. Again please. I'm enemies. Er ist weg. Ich bin nicht mehr. Die Vision. Of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. It's just a matter of time. It's just a matter of time. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillion taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now at least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Well, whatever the cost. I will. I will. I will. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Zurt. And the god of illusion, Valraven. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. The northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice. Valraven, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. The gate to Helheim was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. The gate to Helheim was a frost giant, a being of darkness. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous for others. Fair... Geht's auch mal, okay? Ich bin jetzt hier. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. What's that? It's a door. Push it. Push it. She did it. She did it. She did it. Look. Something must do. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Look. Someone never could close your eyes. However hard she tried. Begged. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it, can see you too. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Die! 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 Das war's für heute. The Northmen will not stop her. She will find what she's looking for. The Northmen will not stop her. The Northmen will not stop her. The Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. The Northmen will not stop her. Find him, Senua. And spill this blood for her. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. Muspel became the sword. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Your father cannot see what you see. But there is nothing wrong with seeing the world the way you do. ... ... ... ... Sie sind gewinnen. Sie haben dich verletzten. Sie sind nicht stark genug. Sie sind für dich gekommen. Sie sind für dich. Sie sind für dich. Sie sind für dich. Sie sind für dich. Sie wollen es! Sie sind für dich. Sie sind ein Schf interpretations von Menschen. Und ich höre still ihre Wärme, in der Wind. Sie höre sie auch, Senua? Ja. Ich höre sie hier. Und ich höre sie jetzt. Okay. Was ist das? Was sind sie screaming? Es ist nur die Hälfte. Nein, nein. Nein, nein. Die Hälfte zu Hell ist eine Runde für die Leben. Aber du bist bereits gegen die Todes. Schau dir nach dem Garten, und du wirst sehen, dass es sich öffnet. Wenn sie zu meinem Land gekommen sind, ich wusste genug, dass sie ihre Sprache beobacht haben, und sie haben mich als ein Schlag. Ich wünsche mir, dass sie mich verletzten, wie die anderen. Ich rühre ihre Storbe von Feuer, Todes und Schlaufe zu vielen Lachen. Diese Schmerz, die du sprachst? Ich weiß es gut. Und ich bin noch hier, um es zu kämpfen. Ich kann es nicht nur noch erwähnen, dass ich sie erwähnen kann. Find a good position. Don't let them surround you. She finished it! Behind you! Behind you! It's nearly over. He's too far. You know what to do. Remember the war in trials. Don't give up here. Behind you! He can read it. Finish this. I need it now. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Stop. So And I'll get out of here. Stop. Stop. Tsk! There's no one, Harry. Stand around. Let him out. Get out! Right on! Right on! Sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg! Run, run! Hell wird nicht die Antworten, die Sie wollen. Aber Sie müssen nicht aus den Schmerzen, die Dulls gibt. Denn Sie können nicht überraschend sein, wenn Sie nicht nachdenken. Wo ist es? Die Fires disappeared. Die Pyre? Surt? Surt is through there. Sie können nicht überraschend. Wie wird sie überraschend? Sie müssen einen anderen Weg finden. Truth? Surt? Die Norden sagen, dass der Defender der Muspel ist, die Surt. Der Vorwärter der Fier-Giants. Der Name bedeutet, die Schmerzen. Denn er ist wie etwas Burt. Der Nachden, der sie schreit. Sie sind wie es. Sie sind wie es. Sie sind wie es. Sie sind wie es. Find the fire, Senua. Und folgen die Weg zu Surt. Es ist zu weit. Sie werden nie versuchen es. Sie werden es nicht mehr zurück. Sie müssen die Weg nachdenken. Was passiert wenn sie das finden? Alles wird nötig. Concentrate, concentrate on where you're going. Sie müssen die Weg zu vertreten. Alles wird nötig, dann wie sie sie finden? Sie wird nicht. Sie wird nicht. Sie werden nicht. Die Nordmen glauben, dass das Welt wird, zum nächsten Mal. Sie heißen, Ragnarok. Die Destiny of the Gods. Asgard wird verletzt von Surt und den Fire Giants. A monströser Wolf wird verletzt die Sonne. Und die Gods werden kämpfen in vain gegen ihre Enemies. Es ist nichts sie können, damit sie es nicht verletzen. Aber es wird niemals eine neue Magie. Die Nordmen verletzten fire-sacrificen. Die Nordmen verletzten fire-sacrificen. Die Schleimler wie ich, um den Weg zu suchen. Ich habe eine Art von Surt und den Verletzten. Ich habe eine Art von Surt und die Schleimler in ihren Augen. Sie haben einfach nur ein Kiel, wie ein Schleimler wie ein Schleimler. Was ist das? 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 Das eine habe ich gerade gefunden? Was ist das? 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 Nein! Ich sehe nichts jetzt! Okay. Tell me truth, how did you escape your darkness? Si, ich habe meine Aufgabe. Aber ich war nicht mehr auf die Gefühle, die ich hatte, um es zu erreichen zu erreichen. Unschleuchte mit Angst, ich konnte den Feuer sehen, dass ich einen anderen Weg nach Surt gesehen habe. Auch meine Kampter haben Angst, die Feuer der Surt. Und so, während einer Runde, ich habe meine Chance und ran, zu wissen, dass sie nicht folgen würden. Der Böse rief in die Feuer! Sie haben mich verletzt. Vielleicht waren sie richtig verletzt. Aber hier bin ich frei. Ich freue mich, dass ich dich in den Wilds gefunden habe. Ich hätte es nicht gemacht, ohne dich. Okay. Okay. Willkommen, Herr. Ich versuche nach Cs. Ich versuche mich hier. Ich versuche mich hier. Ich würde mich Hello. Ich versuche mich über den Ich habe diese Scheiße. Was ist das doch hier? Was ist das? 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 Auf den Turm komme ich doch gar nicht. Irgendwas check ich nicht. Was ist das? 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 Warum sehe ich es nicht? Was ist das? 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 Ich sehe es nicht. Was ist das? Wenn ich an etwas zu , Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Muss das doch sein hier Gibt's doch nicht Warum geht das nicht? Kann ich mich ducken? Jetzt hat es genommen? So? Schwierig So, dahin muss ich nachher Schönewan Ich bin, Senna Run, run Through the fire Keep running Go on Run, Senna Run, run, run Stop Ghra印 Schönewan Der screaming golden choreography Auch Schöne Schöne Ich bin sorry. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Diese Dunkelheit nimmt alles. Jeder. Senua. Du bist sicher, dass du das machen willst? Wir können das zusammen kämpfen. Side-by-side. Wir immer machen. Das ist meine Behandlung. Ich muss es alleine face. Ich bin weg von dir. Wo werden Sie gehen? Ich weiß nicht. Für wie lange? Ich weiß nicht. Ich glaube in dir. Du kennst das. Ich bin weg von dir. Ich will... Ich will, dass du es sagst. Ich werde dir zurückkommen. Ich versuche. Komm schon. Ich werde dich nicht aus dempooligen. Du hast alles verletzt! Everyone! But not me! Fight me now! Oh, fuck! I'm in the sh- I'm in the sh- I'm in the sh- 30-Dun, stronger! Stop it now, you muscles! Stop it! Stop it! Was ist das? Für alle Worte gewonnen, eine größere Worte nimmt seinen Platz. Und so geht es, bis wir fallen. Und in der Ende, wir alle fallen. Auch die Gottes haben ihre Zeit. Und wir gehen immer weiter. Warum? Ich habe eine Prozesse gemacht, und ich gehe zu hell. Ich sterbe, frei, und ich werde meine Geschichten mit dir führen. Ich habe meine Reise erfüllt. Ja, Sie haben. Wenn die Schmerzen kommt, ich versuche, zu dir in diesem Leben und das nächste, zu erfüllen deinen. Dann werde ich dich in hell sehen. Ich bin bereit, zu schmerzen, zu schmerzen, in dem Augenblick, wie ich habe, um deine Antworten zu finden. Deine Reise. Und, tschüss. Freunde, hier werden wir stoppen. Und, ähm, ja, für Folge 1 sollte es genug sein. Äh, war schon genug Action. Wir sehen uns in Folge 2 wieder. Bis dann, macht Liebe, ciao, ciao. Und, äh, wenn euch das gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Däumchen da. Wäre ein Träumchen. Ciao. Ciao.